hallo und herzlich willkommen zurück bei patron so lasse letzte folge hier schafe und mehr felder brücke weil ich immer noch nicht weiß wofür brücke aber wir werden das herausfinden im schlimmsten fall um jedes betonen zu bauen hier flipper sehr gut große tümmler mittelmeer und robben im mittelmeer okay war mir jetzt so nicht ganz bewusst aber okay wenn es so ist so so wir kriegen holz wir kriegen eigentlich alles gut rein was ist das so ist es dann doch nicht ich möchte jetzt hier weil auch ich will da drüben irgendwas irgendwas will ich bauen und würde sagen wir bauen hier so eine lehmgrube hin weil offensichtlich ist das das einzige was wir was wir da großartig bauen können also machen wir noch ein gehen hier dann machen wir das so wir holen uns hier eine straße steinweg wenn wir schon haben ziehen hier mal spüren rüber auf die brotion auf die lehmgrube lehmgrube drehen zweimal wir kriegen da ja kein effizienzwert also bauen wir jetzt einfach mal das wird die ganze zeit gesagt wir haben nicht genug arbeiter beim neuen arbeiter das reicht ja bin ich der festen überzeugung dass das jetzt erst mal langen wird ist und hier um wartung minus 15 klingt eigentlich schon ganz gut oder ob man sieht da oben der unterhalt da oben sind der unterhalt sehr gut sollte man vielleicht hier auch mal die erwartung minus 20 und teuer schaut das lohnt dass das lohnt wirklich mehr upgrade kommt natürlich geführt schade aber egal also hier 85 münzen also würde auf alle fälle sagen dass das also auf die dauer würde ich sagen lohnt sich das auf alle fälle aber auf jeden hier hier auch oder ja ich meine das ist jetzt nicht so teuer ja bei den lager also nicht mal bei den lagern kann man dann irgendwas verbessern wie sieht es denn hier aus die mehr arbeitsplätze bonus wenn man wenn wir noch mal auf hier jetzt komplett durchgeführt größere körper die sammeln werden expansion das dann auch nur mehr arbeitsplätze wie sieht es denn hier auch mal rein wenn wir uns das leisten können warum nicht noch mal lederproduktion erhöhen und das war's dann mit dem geld auch ok hier wie sieht es aus da können wir ein das ist die lehmgrube ok mein gott ja hier mach mal und dann kommt da ein rein und dann kann er wieder meckern was tust du unfähiger und das ist aber gar nicht seine aufgabe das ist mein so wie sieht es eigentlich auswerten doch so verschönerungen und und schau mal hier fahnenstange das geht okay fahnenstange zweier fahnenstange hat um banner auch zweier hecke hey wir könnten hier eine hecke hinhauen aber ich weiß nicht ob das wirklich was bringt kleiner park ok kleiner park klein großer park groß hmm cheat kriegen wir auch hin so wissen wir in zukunft nicht drei breit sondern vier breit auch in ordnung haben wir jetzt überall falsch aber es ist ja nicht so so wo das gefällt mir da kommt auch schon der erste leben rein oder laufen sie da laufen sie und da wetzen sie ich dachte es hier unsere scharfe wie geht es eigentlich mit unseren scharfen zwei von 23 wir können da 23 schafe haben ok läuft läuft auf jeden fall ich gehe mal kurz in die forschung rein wir hatten ja hier die möglichkeit hier 1000 kostet das ok das brauchen wir aber ich würde sagen wir wollen das so mal raus hier einmal raus rüber runter gucken ok 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 komm mal rein und ich weiß dass es uns an nahrung nicht mangelt ja das ist mir durchaus bewusst aber trotzdem so halt stopp da waren die ne stadtgebäude da war doch irgendwo dran da sind die docks docks gedreht vielleicht hier hin ich glaube wir müssen die docks tatsächlich irgendwo auf die seite hier rüber tun und zwar einfach nur so hin ich glaube wirklich wir müssen die so hin tun weil ich denke so geht es nicht so geht es nicht so geht es nicht so geht es wir müssen die dahin tun weil ich der meinung bin oh das war ein langes a verzeihung weil ich der meinung bin dass das besser ist wenn es näher an den lagern so aber erst mal ganz kurz rein so wir haben leben wir haben keine ziegel es kommt ordentlich zeug rein das finde ich schon sehr gut hier das doch schon ganz ok das ist schon ganz november jahr 6 ein grad nicht schön hier wir machen mal einen schneller dezember ein grad plus ok also so schlimm ist wohl gar nicht ähm lass mal schauen na 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 schauen na 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 so ok da ist ein bär da ist ein bär dass die hier immer so rumgeistern und wuscheln das ist so ein bisschen ich möchte es mal sagen nicht schön das ist jetzt schon wenig schön so was können wir denn da noch hier haben wir jetzt unsere lehntube da ist ein stift da ist ein schiff was nicht anlegen kann weil wir keine docks wir bauen jetzt docks so genau dann holen wir uns hier das da machen mal den hier ja genau deswegen konnten wir so nehmen hier diese schlosser und dann ziehen wir einfach nur hier gut oder eigentlich egal eigentlich ist es wurscht ob wir die ich glaube wir den einfach nur hier so nach oben ziehen wir ziehen ihn mal da so nach oben das ist eine steinstraße dann ziehen wir den einmal hier rüber dann ist das auch gemacht und getan und dann oh mein Gott schon wieder und dann gucken wir mal ob wir hier nicht irgendwas verkaufen können vielleicht Nahrungsmittel oder so weil hey sind wir mal ehrlich die Lager sind ziemlich voll oh ich muss äh ja sehr gut danke nein hier ja räumung abbrechen ressourcen sammeln gebäude abbrechen gebäude abbrechen hier muss es leider mal ein gebäude abgerissen werden dann muss hier ein wo ist das Feld 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 hier eingefreite Feld und dann haben wir das hier oben so genau und dann macht das doch schon deutlich mehr Sinn da macht das dann schon deutlich mehr Sinn ich glaube wir hatten da Wohnen wenn mich nicht alles täuscht hatten wir da Wohnen weil hier war glaube ich Tabak sehe ich das richtig ich würde es gerne sehen aber ich darf wohl nicht also viel verbietet mir ja hier Tabak das heißt hier kommt Wohnen hier drauf Wohnen keiner mehr danke äh hallo warum ist nicht genug Arbeit verarscht mich doch oder wir wollen hier noch Arbeiter Landwirte sechs Landwirte ja ja wird schon hinhauen ich sehe gerade wir können wir können die Zusammenarbeit entforschen auf die Schnelle mal tausend Goldmünzen weg ja Hurra so Schiffstiefgang 1 Kräne 1 Handelsschiffe Lieferzeit für mache mal Zollhaus Zollhaus erlaubt den Handel auch mit verbotenen Gütern aber eher fragwürdige Kanäle Wartung plus künftig nein nein Ladekapazität von Stiften okay die Frage ist jetzt wie mache ich das mit dem Handel das ist jetzt natürlich schon eine große Frage dann müssen wir jetzt hier und dann kann man hier in aus gekauft herkauft okay in aus gerade hier mit sowas ist ja so so Sachen die halt so Kohlköpfe Kohlköpfe beispielsweise oder ja gut Weizen wird jetzt hoffentlich verfüttert Fisch haben wir echt ordentlich Fisch sind wir jetzt dann an der Obergrenze den können wir jetzt dann wirklich verkaufen schwierig wird schon wird schon Forschung abgeschlossen danke okay 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 hey für die Schweinebranche brauchen wir den Steinbrunnen okay Kerzengeschäft Rainerhütte hey Boah Niesanfall was heißt denn da Vorratsraum geringen ja wegen am Essen ich weiß wenn ich jetzt anfange Essen zu verkaufen dann ja ich weiß dann hänge ich da dann hänge ich irgendwann da ich kenne mich ich weiß wie das aus geht und jetzt läuft es gerade ne also jetzt läuft es gerade gut was das ist weiß ich auch immer noch nicht doch baue mehr Lagerhäuser oder Depots hey naja ich meine das Spiel das unbedingt von uns möchte ja dann was was bleibt uns denn anderes übrig was bleibt uns denn üb ekelhafter Niesanfall wieder wert so hier ja genau dann haben wir hier das 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 da hin und dann hier Wohnraum Stadtgebäude Bauproduktion da waren doch diese fetten Lager dabei da haben wir es doch Lagerhaus wir bauen gleich zwei weil warum nicht wenn wir können bauen wir doch gleich zwei Vorratslager voll ja da wird ein Haus ist sogar noch der jetzt hat es funktioniert einmal hier würde ich damit mal nicht damit ein bisschen Spreiden wegkommt sondern ja mal wir nehmen ihn hier und dann einmal ganz nach oben komm 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 schön hier hier bis hier rüber jawoll ja hier auch direkt von hier weg bis hier rüber jo ach das ist schon okay dann machen wir so und dann haben wir hier relativ viele Steinwege bei denen wir hoffen können dass das einfach alles ein bisschen schneller geht alles ein bisschen zügiger geht so und hier rüber jetzt gibt es ein kleines Päuschen und da geht es weiter so jetzt haben wir schon drei Schafe Vollgas voll gut ey so wo waren wir ich hab natürlich absolut keine Ahnung mehr naja gut aber das sieht doch so an sich mit den Steinwegen sieht das doch schon ganz gut aus ja wir haben hier glaube ich noch keine Steinwege verlegt nein haben wir nicht nein Steinweg sofort Steinweg hier auch nochmal Steinweg rüber und dann dann legen wir ihn auch da nach was soll's hier und hier legen wir ihn hier legen wir ihn auch noch hin und da legen wir ihn auch hin und dann haben wir glaube ich alles mit Steinwegen ausgelegt was natürlich absolut prickelnd und hervorragend ist oder hat er ihn hier gar nicht genommen Bauerei aber jetzt jetzt hat er ihn genommen jetzt haben wir hier alles mit Steinwegen ausgelegt das ist hervorragend dann wird das ein bisschen schneller gehen unsere äh zweiten hervorragenden Lager sind auch bereit wir gehen mal hier wieder raus das Haus wie sieht's hier aus 25 Familien wir haben immer noch ein leer stehendes Haus das Grandios ich mach das hier mit den Straßen und jetzt okay das ist super Expansion nee brauchen wir eigentlich noch nicht was wir jetzt dann brauchen ist natürlich so eine schicke Lehnbrennerei damit wir Ziegel haben wir könnten eigentlich auch mal gucken was können wir denn noch forchten gibt's noch was was wir forchten können oh die Umsetzung einer ja ich weiß nicht wir können uns noch so wir können uns noch so hier so ein Kerzengeschäft können wir uns noch gönnen da warten wir jetzt noch bis die Forschung durch ist und dann würde ich sagen ja wie sieht das aus da ah look at dis da können wir mal gebührt 20% ok ähm Kaufmenge erhöhen wir wollen ja nicht kaufen wir wollen ja verkaufen ne hier oh nee 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 so ich würde sagen wir verkaufen so ah ja 30 Klamotten oder Klamotten ist gut 3 Preis von 3 läuft hier wir können Kräuter verkaufen Preis von 2 ich weiß nicht Möbel könnten wir auch ja was haben wir denn noch Pfefferware haben wir die haben wir leider nicht Wurzeln 1 Spein 1 Erdbeeren ja brauchen wir jetzt auch nicht Werkzeuge würde ich jetzt mal auch nicht äh ich weiß nicht sieht so an sich ja alles Tabak 2 Schaut mal so Tabak wenn wir mal haben können wir Weizen könnten wir auch Wolle 22 Wolle Wolle gibt auch gut ok ja Handel zack passt zack Zollhaus nein Schiffstiefgang Ladekapazität von Schiffen plus 50% Kräne Lieferzeit kommt da noch einen rein läuft so dann generiert das ein bisschen Geld das ist doch auch mal ganz schön so schicke würde ich sagen schicke gut oh hier drüben Tabak sehr gut da läuft der Tabak hervorragend haben wir hier wir haben hier doch schon Bohne warum wird hier nicht angebaut weil keine Ahnung es wird Gründe haben oh da ist ein kleines Schaf oh mini Schaf super sehr sehr gut ok der produziert natürlich jetzt ein bisschen wenig aber da kommen noch Schafe dazu das wird schon aber an der Stelle würde ich sagen ich wünsche euch einen wunderschönen was auch immer ihr gerade habt wir sehen uns in der nächsten Folge vergesst nicht zu bewerten bis dahin und ciao